Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen am Samstag, den 23. September. Gedenktag des heiligen Pater Pio von Pietralcina. Und als Platz heute habe ich mir ausgesucht den schönen, großen Zier- und Nutzpflanzengarten unserer Gastgeber, der jetzt in herbstlicher Fülle prangt. Nichts Besseres kann man sich vorstellen für das Evangelium, das heute dran ist. Als die Leute aus allen Städten zusammenströmten und sich viele Menschen um ihn versammelten, erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Ein Sämann ging aufs Feld, um seinen Samen auszusäen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, sie wurden zertreten und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf Felsen und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und erstickten sie. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als Jesus das gesagt hatte, rief er, wer Ohren zum Hören hat, der höre. Seine Jünger fragten ihn, was das Gleichnis bedeute. Da sagte er, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Zu den anderen Menschen aber wird nur in Gleichnissen geredet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Das ist der Sinn des Gleichnisses. Der Samen ist das Wort Gottes. Auf den Weg ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, denen es aber der Teufel dann aus dem Herzen reißt, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, dann aber weggehen und in den Sorgen, dem Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken, deren Frucht also nicht reift. Auf gutem Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Der heilige Pater Pio, er ist am 25.05.1887 in Pietralcina in der Provinz Benevent zur Welt gekommen und am 26. September 1968 in San Giovanni Rotondo Richtung Monte Gargano am Landsporn an der Apulischen Küste ist er heimgerufen worden. Nach einem Leben, das äußerlich nicht viele Wege kannte, aber innerlich ganz steile. Und das deutlichste Zeichen für diese Wege in der Nachfolge Christi, das waren die Wundmale. Segen und Last zugleich für ihn. Millionen sind an diesen Ort schon gekommen, San Giovanni Rotondo, und kommen immer noch. Und in Italien kein Taxi, in dem man fährt und keine Kneipe, in die man kommt, wo nicht das Bild dieses wahrhaft volkstümlichen Heiligen hängt. Und deswegen möchte ich meinen Geschmack für Theologie und Spiritualität da nicht in den Vordergrund stellen. Ich denke mir, dass auch nicht wenige von Ihnen den heiligen Pater Pio verehren. Und zwei Worte von ihm habe ich gefunden, die mir gut gefallen. Der Gott der Christen ist ein Gott der Umwandlung. Ihr werft euren Schmerz in seinen Schoß und er tauscht ihn aus gegen Frieden. Ihr werft eure Verzweiflung hinein und siehe, wie stattdessen Hoffnung aufsteigt. Das ist ein wunderbares Wort. Und wandeln soll sich tatsächlich nicht nur Brot und Wein in der Eucharistie uns zur Speise, sondern wandeln sollen auch durch die Eucharistie, vor allem wir uns selber. Und das, was in uns angelegt ist, auch durch das Wort Gottes, und durch Gottes Schöpfung an uns, das soll wachsen dürfen, wie hier die Blumen und Früchte im Garten. Noch ein Wort von ihm, wer zu lieben beginnt, muss auch bereit sein zu leiden. Er hat das reichlich wahrgemacht. Und nicht wenige von Ihnen, von uns tun das auch. Dieses Leiden ist nicht sinnlos und gehört nicht verdammt und weggewollt, sondern wenn wir es annehmen können, hilft es uns, uns Jesus zuzugesellen, der gelitten hat, aber treu geblieben ist und vor allem treu seiner Liebe zu uns, von der er nicht abgerückt ist, als er merkte, dass viele von uns sie gar nicht wollen und sie zurückstoßen. Wer zu lieben beginnt, muss bereit sein zu leiden. Gott segne und behüte Sie alle.